Hi, ich bin Patrick Hegmann, Große Bamberg, Nummer 33. Patrick, der beste Moment in deiner bisherigen Karriere war? Die erste deutsche Meisterschaft. Etwas typisch Mainzerisches ist? Karneval. Etwas typisch deutsches allgemein ist? Oh, von vorne, von vorne, von vorne. Ja, was denn? Von vorne. Nein, 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 weiter. Nein, nein, von vorne. Doch, weiter. Nein, nein, das können wir so nicht ausstrahlen. Ja doch, pass auf. Warum? Ach, Fasching. Ja, Fasnacht. Ja, pass auf. Dann zurück. Etwas typisch Mainzerisches ist? Fasnacht. Du strahlst es trotzdem auf uns. Ja, natürlich. Etwas typisch deutsches ist? Etwas typisch deutsches. Bier. Du trägst die Nummer 33, weil? Weil es die einzige Nummer war, die übrig geblieben ist, als ich das erste Mal in der ersten Herrenmannschaft in Mainz gespielt habe. Dein Spitzname ist? Boah. Pat. Pat. Dein verborgenes Talent ist? Kochen. Dein größtes Vorbild, als du jünger warst, war? Dirk. Von deinem ersten Gehalt hast du dir? Eine neue Wohnungseinrichtung gekauft. Die Sache, die dich zum Lachen bringt, ist? Die Sache, die mich zum Lachen bringt. Recht viel sogar. Guter Humor. Deine Familie bedeutet dir? Sehr, 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 sehr viel. In Mainz bist du? Zu Hause. Dein perfekter Tag wäre? Ausschlafen, Frühstücken gehen, Spa und gut Abendessen. Interviews sind für dich? Immer super mit dir. Wenn du eine neue Regel im Basketball einführen könntest, dann wäre das? Ein vier-Punkte-Wurf. In deinem Kühlschrank hast du immer? Parmesan. Danke, Patrick. Sehr gerne, Thorsten. Sofiat komplitier, Verlich ist ja und disappointed. Äh, sieh. Tief Reform.